Animal Crossing ist eines der Spiele, die sich sehr schwer erklären lassen. Grundsätzlich kann man es als eine Art Lebenssimulation beschreiben, also jetzt nicht wie die Sims, eher wie die Simulation eines Lebens mit eigenen Regeln und Prioritäten. Serientypisch dürft ihr am Anfang einer bekannten Katze Fragen beantworten, wie ihr heißt, wohin ihr reist und ein wenig Smalltalk. Diese Fragen sind wichtiger als man denkt, denn die Antworten entscheiden letztendlich, wie eure Figur aussieht. Kaum seid ihr angekommen, begrüßt euch das ganze Dorf und auch ihren neuen Bürgermeister. Denn wer sich schnell rausstellt, seid ihr der neue Bürgermeister. Nein, dafür gibt es keine Erklärung, aber wer den zügig stabilen Zustand der Nachbarn schon aus den Vorgängerversionen kennt, stellt da echt keine großen Fragen mehr. Als Bürgermeister ist es eure Pflicht, die Bewohner eures Dorfes glücklich zu machen und alles in Schuss zu halten. Aber es wäre kein Animal Crossing, wenn die eigenen Sorgen nicht die wichtigsten wären. Gleich am Start dürft ihr euch einen Platz aussuchen, an dem euer Haus stehen soll. Da natürlich blank wie eine Kirchenmaus seid, könnt ihr die Anzahlung des Hauses nicht bezahlen und bekommt von Nook erstmal ein Zelt gestellt. Und schon beginnt das Spiel. Für alle, die es nicht wissen, in Animal Crossing läuft die Zeit in Echtzeit ab. Bedeutet, ist es genau derselbe Tag und dieselbe Uhrzeit im Spiel wie auch im echten Leben. Mit eigenen Feiertagen, Events und anderem. Es gibt kein wirkliches Ziel im Spiel, nur Möglichkeiten, was man alles so machen kann. Alle alten Gewohnheiten werden also auch weiterhin belohnt und an jeder Ecke findet ihr Neues und Verbesserungen. Sei es nun im Interface, im Umfang oder Sachen, die früher einfach nur genervt haben. Wir werden bis zum Release jeden Tag in unser virtuelles Dorf schauen und ein Tagebuch aufzeichnen. Das Tagebuch und unser vollständiges Review mit allen Details über das Spiel geht am 4. Juli online. Bis dahin könnt ihr besondere Ereignisse im Spiel auf unserer Facebook-Seite verfolgen.